Jo Leute, da bin ich wieder mit einem weiteren Video. Diesmal ist es die Verlosung. Und zwar, ich bin hier gerade auf der Seite Zufallsgenerator. Und ich habe hier schon die Zahl 1 und 74 eingegeben, weil ich habe hier 74 Videos, kann man sehen. Die Maus sollte ich auch noch einzeigen lassen. Ah, die wird angezeigt. Das ist irgendwie zu klein. Okay, ich sehe den wir nicht. Auf jeden Fall, 74 Videos, lag mir die Zahl, 16. 16, das ist, ich beginne mal von der letzten Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 15, 16, dieses Video. Klick ich mal drauf. Stopp ich auch gleich, weil ich will das alles nicht sehen. So, wie viele Kommentare, 1, 2, 3. Ähm, hier rauf. Na, okay. Ich würde gerne Würfel, kann ich mich verändern? Ähm. Geil. Ähm. Gut, dann mache ich es einfach so. Ich sage hier eine Zahl ein. 1 bis 3. Also 3. Ich werde dann von... Ich weiß, was ich überlegen, oben oder unten beginn. Ich würde sagen, von oben. Oder? Ne, von unten, weil unten sind meistens die älteren Kommentare genauso wie bei den Videos. So, die 2. 1, 2. Hi. Suske Tanrel, du hast gewonnen. Ähm, schreib mich am besten an. Also, ja, du schreibst mich halt, ja, wenn man einen halt anschreibt, was weiß ich. Gehst auf meinen Kanal. Gehst auf Kanalinfo und dann findest du hier irgendwo den Button Nachricht senden. Und dann verschickst du mir eine Nachricht. Ich werde dann, ähm, in den nächsten Tagen auf, ähm, vorbeischauen und du kannst dann halt dein Gewinn dann beim Abholen und zwar die Passive Card. Muss mich aber nur anschreiben. Das werde ich dann schon sehen, keine Sorge. Ja, ähm, Glückwunsch. Ich hoffe, du kannst damit irgendwas anfangen, was weiß ich. Es gibt ja viele Dinge, äh, sei es jetzt die Nitrado oder sonstiges, was weiß ich. Du kaufst sie auf einem Minecraft-Server Premium. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch und, ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ähm, die nächsten Videos werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen was anderes sein. Das heißt, keine Let's Plays, weil ich es grad irgendwie zeittechnisch nicht schaff. Ähm, mach ich dann auch was anderes, also je nachdem, für was ich grad Zeit habe. Es wird also auch was anderes kommen. Ich bin hier auch grad auch ein bisschen am Umbau, weil ich bin ja umgezogen und ich verändere sich hier grad alles, damit es hier auch passt. Ja, jetzt sind hier noch ein paar Kartons rechts, das heißt, die müssen auch noch weg und dann kann es eigentlich, kann, können die neuen Videos beginnen. Ja, ähm, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich würde einfach mal sagen, ciao, Leute. Tschüss.